Hallo liebe Appgefahrenleser, wir stellen euch heute im Video die ersten iOS 8 Tastaturen vor und hier haben wir fünf zur Auswahl, die wir euch gerne mal ausführlich zeigen möchten. Bevor wir das aber tun, werfen wir noch einen Blick in die Standard-Tastatur von Apple, die ja jetzt mit der Option QuickType daherkommt und die sieht eigentlich aus wie vorher hat, allerdings diesen grauen Balken oben drüber und zeigt uns Wortvorschläge schon beim Tippen an und kann auch schon erkennen, was wir denn in Zukunft schreiben möchten und das funktioniert erstaunlich gut. Die Tastatur lernt auch beim Schreiben, so dass sie sich immer verbessert und wie ihr seht, ist das relativ einfach und das funktioniert richtig gut. Wer allerdings noch weitere Funktionen nutzen möchte, dem stellen wir jetzt die alternativen Tastaturen vor. Wir beginnen mit dem 4,49 Euro teuren Textexpander und dort kann man Snippets hinterlegen, wo wir eine Abkürzung und deren Inhalt hinterlegen können, sprich wenn wir die Abkürzung eintippen, wird der Inhalt ersetzt. Das kennt man auch schon aus dem Textexpander vom Mac, den ich übrigens sehr liebe und das funktioniert relativ simpel. Man kann seine Snippets hier hinterlegen oder auch mit dem Mac synchronisieren, hat hier die Option, das Ganze über die Dropbox zu machen oder aber auch im gleichen WLAN. Das ist relativ simpel und wir können natürlich einfach neue Gruppen anlegen und auch neue Snippets. Wenn wir jetzt einfach mal hier eine neue Gruppe anlegen namens Test, können wir da jetzt einen neuen Snippet anlegen. Unten rechts ist das Pluszeichen. Dort haben wir jetzt die Option einmal die Abkürzung anzugeben, jetzt zum Beispiel VG für viele Grüße und den Inhalt können wir dann hier natürlich ebenfalls kurz eintippen, wobei wir hier auch schon auf die Wortvorschläge von Apple zurückgreifen können. Und wenn das einmal alles hinterlegt ist oder halt synchronisiert vom Mac, können wir das Ganze in allen Applikationen nutzen. Wir gehen jetzt hier wieder in die Notiz-App rein und haben dann hier die Möglichkeit einmal die Tastatur auf Textexpander umzustellen und können jetzt hier einfach unsere vorher zuvor festgelegten Abkürzungen hier eintippen und wie man sieht, werden die dann mit dem entsprechenden Inhalt direkt ersetzt. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn man viele gleiche Textbausteine verwendet, zum Beispiel in E-Mails für Signaturen oder ähnliches. Ja, das funktioniert richtig gut und man kann natürlich auch normal tippen, hat allerdings dann keine Wortvorschläge, die gemacht werden. Sprich, man muss genau das eintippen, was man möchte, kann sich nicht korrigieren, außer man löscht die Zeichen wieder raus. Weiter geht es hier mit MyScript Stack. Die Applikation ist kostenlos, unterstützt hier die deutsche Sprache und noch eine weitere Vielzahl an Sprachen, die wir hier herunterladen können. Wir bleiben natürlich bei der deutschen Sprache, schauen nochmal hier in das Aussehen rein. Man kann das Design und die Tintenstärke ändern, denn im Gegensatz zu den anderen Tastaturen haben wir hier die Möglichkeit, über Handschrift unsere Texte zu hinterlegen. Und wir wählen jetzt hier natürlich mal MyScript aus und bekommen dann hier quasi ein leeres Feld angezeigt, wo wir mit dem Finger Buchstaben reinmalen oder zeichnen können, um halt hier unseren Text zu schreiben. Die Erkennung funktioniert gut. Man unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung. Da muss man halt darauf achten, dass man die Buchstaben nicht zu groß und nicht zu klein zeichnet. Jetzt habe ich zum Beispiel irgendwie eine 4 oder eine 1 erkannt. Das ist natürlich nicht korrekt. Ich würde sagen, das benötigt schon ein wenig Übung. Wahrscheinlich, wenn man das iPhone in der Hand hat und mit dem Daumen zeichnet, geht es wahrscheinlich etwas einfacher von der Hand. Aber ich würde sagen, im Alltagseinsatz würde ich mir diese Applikation nicht als Tastatur vorstellen können, weil es meiner Meinung nach einfach viel zu lange dauert. Ist irgendwie eine schöne Spielerei, aber für den Alltagseinsatz kann ich mir das Ganze hier nicht wirklich vorstellen. Weiter geht es mit dem kostenlosen Flexi. Das ist ebenfalls eine Applikation für eine alternative Tastatur, dessen Design wir hier in verschiedenen Farben ändern können. Man kann auswählen, ob man unten eine Statusbar haben möchte oder nicht. Das ist alles Geschmackssache. In den Einstellungen hat man halt noch die Möglichkeit, die Sprache auf Deutsch zu stellen, was wir auch mal eben tun. Wenn die Einstellungen dann korrekt sind, können wir natürlich in unsere Notiz-App wechseln und die Tastatur erstmals auf Flexi umstellen und bekommen dann hier dieses Layout angezeigt. Jetzt können wir natürlich ebenfalls einfach über die Tastatur Wörter und Zeichen eintippen und wie man sieht, bekommt man oben schon ein paar Wortvorschläge angezeigt. Man kann nämlich über ein paar Wischgesten entweder die Wortvorschläge auswählen oder zum Beispiel ein ganzes Wort wieder löschen mit einem Swipe nach links. Wenn wir nach unten swipen, dann können wir jetzt hier zwischen den nächsten Wörtern wechseln, die uns dort angezeigt werden und wenn uns davon das Richtige angezeigt wird, können wir einfach weiterschreiben oder mit der Leertaste ein Leerzeichen setzen und das nächste Wort beginnen und den Satz vervollständigen. Weiter geht es mit SwiftKey, die von Android bekannte Smartphone-Tastatur. Bevor ihr diese nutzt, solltet ihr in den Einstellungen die deutsche Sprache auswählen. Optional könnt ihr hier noch ein paar weitere Einstellungen tätigen oder auch zwischen einem hellen und dunklen Layout wechseln. Wer möchte, kann sich auch bei der SwiftKey Cloud anmelden, um zum Beispiel ein Backup zu erstellen oder die Wortvorschläge zu synchronisieren. Wenn wir uns die Tastatur in echt ansehen, können wir mit einfachen Wischgesten über das Display beziehungsweise über die verschiedenen Buchstaben der zu schreibenden Wörter swipen und insofern man ungefähr die richtigen Wörter-Buchstaben trifft, wird auch hier das richtige Wort angezeigt. Das funktioniert sehr gut. SwiftKey ist kostenlos und kann auch komplett kostenfrei verwendet werden und macht einen richtig guten Eindruck. Wer dennoch auf die Swipe-Eingabe setzen möchte, sollte sich die gleichnamige Applikation für 89 Cent aus dem App Store laden und hier gibt es auch ein paar integrierte Tipps und auch die deutsche Sprache wird unterstützt. Da kann man sich ein wenig durchklicken, aber wir schauen uns mal das Interessante an, nämlich den Einsatz direkt in der Applikation. Im Einsatz sieht das Ganze dann wie folgt aus. Die Tastatur ähnelt sehr der Apple-Tastatur und wir können hier ähnlich wie bei SwiftKey mit Gesten einfach unsere Wörter schreiben, indem wir mit dem Finger über die verschiedenen Buchstaben swipen und die Applikation daraus das richtige Wort bildet. Wenn man es übertreibt, dann funktioniert es nicht immer. Wie man jetzt hier sieht, ich wollte eigentlich Gestensteuerung schreiben, hat nicht ganz funktioniert, deswegen werde ich das jetzt einfach mal mit zwei Wörtern machen, Gesten plus Steuerung. Dann funktioniert das Ganze nämlich ganz gut. Wie man sieht, man bekommt hier halt die deutschen Wortvorschläge angezeigt, deswegen ist der Einsatz von Swipe, dessen App gerade auch auf Platz 1 ist. Der iTunes Charts sehr zu empfehlen, wenn man sich mit der Gestensteuerung hier anfreundet. Ich persönlich bin da kein Freund von, macht aber trotzdem Spaß. In den Einstellungen haben wir die Möglichkeit, das Layout zu ändern oder auch weitere Sprachen hinzuzufügen. Da ist neben Englisch auch Französisch und Spanisch mit dabei und ebenfalls Italienisch. Kleiner Tipp zum Schluss. Habt ihr die Applikation heruntergeladen, müsst ihr diese noch in den Einstellungen Allgemein Bedienungshilfen Tastatur aktivieren, um diese dann App-übergreifend verwenden zu können. Insgesamt waren das jetzt hier fünf Tastaturen. Welche ihr euch davon auswählt, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren mitteilen. Zähne